hey internet und hier zurück bei mir verschiedene blaue objekte oder sie doch nicht so hoch oder das ist doch nicht so hoch steigt an gary sie ist doch irgendwas passiert ich habe nichts gemerkt alles ist in ordnung wir haben beim bling 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 ok hier unten entlang oder hier wieder die leute aber warte hier bringt so sieht es nämlich aus lasst uns lieber doch mal kurz hier unten ich könnte auch hier hoch geben ein so viele möglichkeiten 1 bin ich schon oben schraubenschlüssel benötigt dankeschön hat sich erledigt wo war denn der zum war der bei dem typ zu kaufen ich denke so ok wir brauchen auf jeden fall youtube schraubenschlüssel ok hier idioten ja einen idioten sind ganz viele idioten auf einmal kannst du an so einem ort schlafen und der general ist auch hier knirscht mit den zähnen und seinem verdammten bein sie zu und lerne wohin geht ihr wohin geht ihr nicht in meine richtung mein bier geld geht schon wieder für arzneien was habe ich denn hier was zum werfen ja genau setz dich hin setz dich hin und er schläft ein es geht ruck zuck ich muss nur hier rüber kann ich dich beklauen muss nicht sein muss nicht sein du bist hier rüber ok dreh um bei der macht meines geistes befehlt ok sehr gut es wird spät ok du penst eh also gehe ich jetzt auch von hier rüber oh no du bist hier gekommen du müsstest nur noch umdrehen du müsstest nur noch umdrehen mein freund ein königreich für einen heißen kaffee wo ist mein wasserpfeil obwohl brauche ich es jetzt ein schloss knacken hier ein schloss knacken beste idee die ich jemals hatte ok er dreht um er dreht um er dreht um er dreht um kommt natürlich genau in meine richtung jetzt nein doch nicht gewollt was blau ist kommst du jetzt hierher shit 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 nein du hast niemanden gesehen blöde köter an deiner stelle würde ich in den schatten bleiben was war das shit 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 trap wo ist das blöde ding hier dough und noch ein e halleluja das war nicht knapp das war nicht knapp Hier zu Wird das leicht antäschlt Okay bisschen überheblich und so hurry gary ich wollte eigentlich nicht so schnell hier runter aber es ist passiert hier einfach rüber das wäre zu einfach gewesen hier von ja oder wir gehen und durch die breite große öffnung im kopf fokus energie drücke g um mond zu kommen und höre deiner fokus energie das merke ich mir doch nie so viele dinge hier unten perfekt springen runter mache irgendwas das war klar das war nicht blau dass wir alles vor der letzten glocke durch seht ihr das an ein adeliger zwischen dem abschauen was der wohl dabei hat nicht hier draußen spatz wir haben ihn ganz vorsichtig gefahren tut mir leid dass ich euch nicht zuhörer aber ich war konzentriert mal treffen und ihm die hand schütteln spiderman spiderman hier ist alles zu verdammt normal sind wir nicht die braunen schraubenschlüssel mal hier halleluja ok man cool überraschung ich finde heraus wohin die leichen gebracht werden wieso denn neues ziel unten warum gehe ich nach oben blinke blinke seht ihr ok ok sonst würde ich das hier brauchen ok 500 das ist jetzt nicht viel nachdem wir wissen was wir hier an investitionen brauchen ok kann man irgendjemand sagen wie ich hier hochkomme das wäre echt hier komme ich runter warum soll ich hochkommen das hier ist creepy die rote jenny ruft ich möchte gar nicht wissen um was es geht blinke der arme alte cornelius ist wohl schon auf dem band ich muss wohl am fließband arbeiten um cornelius zu finden folgen im weg der toten hack dich in das fließband ein das ist keine gute idee warte zuerst blinke die meisten kotzen am ersten tag am zweiten kommen sie nicht wieder früher haben wir die leichen über die mauer geworfen bis der gestank und das gepresst schlimmer waren als die schwermut selbst 100 krähen auf jedem kadaver sag ich dir und die fliegen ach ja uns haben sie gesagt wir sollen sie auf offener straße verbrennen aber als dabei das haus des kerzenziehers in rauch aufging da mussten sie es verbieten meine güte ich dachte kurz hier steht jemand wenn ihr beiden fürs dumm schwätzen bezahlt würdet wird ihr stinkreif bist du nervös da oben? die klappe, ja okay, wo soll ich mich einhacken? nicht hier auf jeden fall und ich will auch nichts spähen ah, alles klar ich bin so müde soll ich dich schlafen legen? ich sollte das nicht tun ich muss hier, ich muss hier hoch wenn du mir im weg stehst, mein freund dann passiert leider ein unglück schaut irgendjemand her? irgendjemand? oh shit, da ist ja tatsächlich jemand das war nicht so gut, das gebe ich zu sorry, hey hey mein freund, hey ähm, wieso machst du nicht das, was ich dir befehle hör auf damit bin ich tot? ich bin tot ich brauche doch Nahrung kaum erwähnt okay ja, es hätte doch funktioniert, wenn er Zugriff zu dieser Reihe wo bin ich denn? entweder Leichen oder diese überlosen Dreckspuppen wenn das so weiter geht, rudern sie mich noch nach Moira und ich nicht hier rauf oh mein Gott, den ganzen Weg nochmal das ist mein letzter Speichelpunkt die Schwermut ist überall oh Jesus Christ komm wieder zurück, ich brauche gib mir einen Kuh gib mir einen Kuh jetzt kommt er nicht wieder runter zurück ich kann ihn auch nicht runter ich glaube, hier habe ich schon gesucht ja, hier ist es, komm her okay, ich darf ihn nicht weißt du was, ich mache das Licht da drüber aus dann töte ich ihn ah, dann schlage ich ihn K.O. ich sage einfach töten immer egal, ob ich ihn K.O. schlage, okay das klingt doch besser weißt du was, du nervst mich geh runter Gary ich kann nicht runter er lässt mich nicht von diesen Schneiderpuppen kriege ich Gänsehaut ja, ich weiß auch nicht, warum geh hier runter Gott, komm hier zurück der Part du nervst mich du nervst mich muss ich jetzt auf ihn warten er lässt mich hier nicht runter ne, 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 ne keine Chance keine Chance keine Chance oh mein Gott Gary die Schwermut ist überall könntest du auch für ein Selbstgespräch zu führen und sofort wieder an deinen Platz zurückkommen wo ich dich K.O. schlagen kann wenn ich nicht aufpasse wenn ich nicht aufpasse ende ich als Rattenfutter du bist das Licht der Welt aus mir kommst du jetzt wieder hierher diese verdammte Stadt das kann jetzt nicht wahr sein, oder ich komm ums Verrecken ich verhungere was ist wenn ich ihn mit einem Pfeil getroffen hätte hier runter komm ich aber hier komm ich nirgends durch von daher nicht viel Sinn das wäre jetzt echt super wenn du hier zurückkommen würdest wir warten ganz YouTube wartet das ist der ganze Weg zurück einfach nur es gibt hier keinen anderen Weg ich geh aber trotzdem nochmal zum Spaß ja das ist echt klasse wunderbar nur wegen dieser einen Wache ich verhungere wo bist du man kann den Fluss bis hierher riechen du machst mich fertig mein Freund wo bist du jetzt ich ich flipp aus ich flipp aus wegen dir lass mich hier verdammt nochmal rein runter bei allen toten Göttern soll ich dich anlocken warte warte ich hab nichts zum Werfen ich glaub ich hab nichts zum Werfen ich bin dass ich ist ich ich Er kommt nicht mehr her. Hatte ich nicht drunter. Letzten Speicher spuckt. Laden. Go, 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 go. Halleluja. Halleluja, okay. Es tut mir leid, YouTube. Es tut mir leid, dass das so lange dauert, aber... Zack, ging es runter. Ich komme nicht weiter, was soll ich tun? Urteilt mich nicht, es tut mir leid. Hier könnt ihr vorspulen, okay? Ging Satz zu mir. So, jetzt mit... Mit Eiltempo, mein Freund. Hier kann ich auch rüber, das bedeutet... ...als ich. Gar nichts. Oh, hier. Au. Hier sieht's ja aus wie in einem Schlachthaus. Der arme Alte Cornelius ist wohl schon auf dem Bad. Was? Du musst wohl im Fließband arbeiten, um Cornelius zu finden. Wir beruhigen uns zu alle wieder, okay? Alles ist gut. Alles ist gut. Hier ist absolut niemand. Hier sind nur Leichen. Hier sind nur Leichen. Hat noch irgendjemand so ein komisches... Was stimmt hier nicht? Bisschen unruhig, die Leute. Das ist nicht dort. Vielleicht schlafe ich heute Nacht. Was war das? Nichts. Das... Das ist nur das Licht ausgegangen. Hat's gar nichts zu, Idiot. Was hab ich jetzt für ne... Ich bin von der Wache des Barons. Ist euch... Ich werde überall nass sehen. Du bist zur Hunde. Du entkommst mir nicht. Hier ist jemand. Ein gewöhnlicher Verbrecher, vermute ich. Richtig vermutet. Richtig vermutet. Total gewöhnlich. Ich finde dich und dann geht's an den Galgen. Solche für mich gibt's zuhauf. Er versteckt sich wahrscheinlich da drüben. Wahrscheinlich. Wenn du mit drüben, wo auf der anderen Seite weißt, wo ich jetzt bin. Im Namen der Wache des Barons. Zeig dich. Ist klar. Natürlich. Ich komm raus mit den oberen Händen. Ich bin hier. Ich bin da, dass ich müde werde. Stimmt's? Du, ich hab Zeit. Ich kann hier aufnehmen bis Mitternacht. Wann hast du Dienstschluss? Er muss abgehauen sein. Ja. Haben wir uns wieder beruhigt? Es könnte noch jemand hier sein. Nee, 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 nee. Nee, 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 nee. Da ist er! Ich befehle dir stehen! Vor zum Anker! Du entkommst mir nicht! Gas geben E drücken No Shit, ich bin runtergefallen Weil ich genau zu diesem Schatz wollte Das kann doch nicht wahr sein, dass ich jetzt hier runterfalle Da hier Jetzt habe ich das E und jetzt wird alles gut Halleluja Das hat ein bisschen gedauert Machen wir uns wieder an die Arbeit Das hat ein bisschen gedauert, YouTube Das E kam nicht sofort, man muss da richtig stehen, okay Ich habe für alles eine Ausrede Das ist absolut richtig Kann ein Gebäude auch zweimal verlassen werden? Die Wache wäre jedenfalls ein guter Grund, es zu tun Ich bin eine Leiche Ich bin lieber ein bewegliches Ziel Oh, halt still Was zum Henker Vielleicht schlagen Wer ist da? Was? Schleicht da jemand rum? Oh shit, hier sind Scherben Oh no 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 No, no Shut up Früher oder später finde ich dich Später? Ich weiß mit später Ich nehme nur das Dokument mit und dann verpiesel ich mich Keine Panik Verdammt Ich finde jemanden Ach, Scherben Das war fies Das war fies Okay, was Die falsche Du kommst doch nicht hier hoch Ich brauche eine Pause Oh, hier ist nicht Ah, see Ich will das Auge weg haben wieder Jesus Christ Herausspringen wollen wir nicht Geh wieder auf deinen Platz, mein Freund Und jetzt knacken wir das Schloss Eine, meine, mu Und draus bist du Was, bist du noch lange nicht? Musst mir das Zagen Wie? E Bei den Göttern Oh, Silberbesteck, oder? Oh no Mein Inventar Und der Schraubenschlüssel Oh Gott Wie oft habe ich schon gesagt Ich brauche den Schraubenschlüssel Hier ist doch niemand, oder? Damit sehen wir wenigstens was Gib mir die Notiz Gib mir die Mother of Blink Wir sehen uns im nächsten Part wieder Danke fürs Zusehen Macht's gut Tschüss